Hallo ihr Mäuse! In zwei Tagen beginnt der Adventskalender und ich freue mich schon ganz arg. Gestern meinte eine Freundin, jo, ich gucke mir jetzt alles an, was du machst, aber ich like das nie, damit der Algorithmus das nicht checkt. Digi, sobald du da drüber schwebst, weiß Mark Zuckerberg schon, was für die Schuhgröße du hast. Deswegen, tut mir den Gefallen, like das, speichert das. Ich bin dieses Jahr auch zum ersten Mal bei YouTube Shorts, falls euch da der Algorithmus besser gefällt, und natürlich bei TikTok. Bei Insta könnt ihr sogar eine Notification aktivieren, dass ihr nur Bescheid bekommt, wenn ich was online gestellt habe, damit ihr nicht so viel in dieser höllischen App abhängt. Und schreibt Kommentare, und wenn es halt das ist, was ihr heute Morgen gefrühstückt habt, liked euch die Finger wund, macht das zum Ritual, jeden Morgen meinen scheiß Like. Ich versuche das morgens um neun oder so immer hochzuladen, mal schauen, ob ich das schaffe. I doubt it! Sonst war es das erstmal. Ich mache jetzt noch die letzten Vorbereitungen, und dann habe ich schon vier Türchen vorbereitet, und der Rest wird Freestyle. Tschüss!